Die Industrie im Südwesten konnte nach zwei Monaten, in denen die Umsätze zurückgingen, jetzt wieder mit einem leichten Pluspunkten. Laut Statistischem Landesamt stiegen im Juli die Umsätze im Vergleich zum Juni real um 0,3 Prozent. Das Inlandsgeschäft legte dabei um 0,5 Prozent, das Auslandsgeschäft um 0,3 Prozent zu. Ein Minus von 3,3 Prozent gab es dagegen bei den Umsätzen innerhalb der Eurozone. Demgegenüber wuchsen die Einnahmen außerhalb des europäischen Währungsraums um 1,8 Prozent.